Du hast gedacht, es kommt nur ein Video von mir an. Nein, das ist doch scheißegal jetzt. Wir spielen heute mit der Watch-Uhr. Ich will mir jetzt verstecken, weil es vibriert. Ich kann euch gerne mal zeigen. Hier, Charmin, du kannst dich mal hingucken, wie ich das mache. Da unten liegt mein Handy. Also, du musst rüberwischen nur. Und guck, nur rüberwischen und dann siehst du das. Es ist Abend, ne? Ja. Aber wenn du einmal drauf drückst, ey. Okay. Vibriert es einmal, ne? Aber dann musst du halt nochmal drauf drücken. Und dann vibriert das. Ja, man hört das nicht so. Man muss das irgendwo hinlegen. Aber das vibriert. Als erstes blinkt und dann noch vibriert. Das kann ich jetzt nochmal gerne zeigen. Wirk, einmal blinkt und dann vibriert es. Also, wie gesagt, ich bekomm es dann immer hier so drauf. Dann wischst du halt nur rüber und dann drückst du halt nur da unten drauf. Und dann geht das schon los. Und dann versteck ich das. Lass mich fallen, wie soll ich das ummachen? Okay, Leute, ich versteck das jetzt. Lust? Geh raus, mach die Tür zu hinter dir. Dann guck auch nur nach vorne, ne? Okay, Leute, ich muss jetzt schon ein bisschen ausdrechseln. Hier ist mein Handy. Weil das ist halt eine Bordschuhe. Naja, die habe ich halt bekommen und so. Leute, ich werde das in meinem Schrank verstecken. Da wird er es kaum finden. Ich weiß nicht. Wenn ich so dahinter verstecke, ihr könnt es sehen. Dahinter? Ja, Digga, das wäre geil. Warte kurz, Leute. Ich muss das kurz hinter verstecken. So. Guck mal, guck ich mach sogar ein Charmy. Ein bisschen. So. 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 Weil ich hab grad schon die ganze Zeit gesucht. Also ich hab schon gesucht die ganze Zeit. Ach, ich schieb das nochmal dahinter. Ich schieb das nach mir nicht. Ich schwör, Leute. Das sieht Charmy nicht. So. Dahinter ist es, da. Charmy hat die Uhr. Okay. Jetzt komm. Geh runter. Okay. Komm. Ich kann es suchen. Ja, ich meine nicht. Ich mach mal nicht. Du willst es nicht halt erst nochmal suchen, ne? Stimmt. Also wenn ich Felix wäre. Also ich sag nur unten ist es nicht. Aber sonst könnte es die Weile sein. Nee, also ist es nicht Weile seinetage, sag ich mal. Also ist es so in dem Reich hier. Ja, aber das siehst du doch. Und zwar hättest du es ja gehört, dass ich Trampon gespielt habe. Ich muss mal zum Reich. Kenn ich den? Ich hab grad sagen, ich hab's getrunken. Sani! Okay, mach weiter. Ey! Tja. Hä? Sicher. Hä, was hast du eingestellt? Das ist immer so ein bisschen wenig. Hast du das eingestellt? Seit wann macht das welche Geräusche? Okay, ich bin nicht mal gespannt. Okay, mach raus. Das vibriert die ganze Zeit. Mach raus. Sani! Sani! Ach, da. Ah, ha, ha, ha. Du Wichser. Okay. Weißt du, das, was ich müssen bei der Vorderung, das ist, damit du es durchrausholen. Warte. Schieb doch einfach weiter. Ich hab fette Finger. Machen wir mal abwechslend, oder wie? Nee, egal. Okay, machen wir abwechslend. Dann hier, nehm das. Okay. Ich muss kurz fokussieren. Ey, es fokussiert nicht. Jetzt. Ich will nicht mehr schütteln. Ja, ja, mach ruhig. Tja. Wo soll ich das verstecken? Ach, nee. Und das eigentlich... Würde eigentlich abfallen, oder nicht? Ja, das würde abfallen. Ich wollte es gerade auch hoch tun. Hier hoch. Ach, dann wird es scharf werden. Hier hoch würde ich es eigentlich tun. Da würde er abfallen. Wird doch scharf. Ja, okay. Wenn man jetzt hier so langen läuft. Da mal kurz hoch geht. Das ist lieber doch so hinlegen. Nee, so reicht eigentlich. Kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie. Okay. Sag mir, in welchem Bereich hast du es so nicht bei dir gemacht? Also, nicht oben und nicht unten. Es ist wieder mal hier so im unteren Bereich. Also, wenn der Mitte hier ungefähr. Nein, 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 nein. Also, keine Etage höher. Es sind hier nur hier unten so im Bereich. Ach so. Aber ich glaube, weil wir den Zug gemacht haben, ne? Glaube ich irgendwie, dass es jetzt mehr dünnere Geräusche macht. Ja, dass es halt jetzt solche Geräusche macht. Soll ich mal noch einmal anrufen, Fax? Mach. Dann können wir nochmal kurz gucken. Ich glaube, meine Nanny ist kaputt. Ich glaube, meine Nanny ist kaputt. Es ist aus. Es ist aus, jetzt ist es an. Es hört sich mal auf. Ja, das ist hier. Ja, das ist hier. Hä? Ja, da. Digga, was machst du für Geräusche mit dabei? Oder du schaltest das einfach mal auf Stumm? Nur auf Vibration? Nee, das kann man, glaube ich, nicht ausschauen. Hey, also wenn ich das jetzt drin liegen lasse, wenn ich jetzt anrufe, wenn ich hier, was dann hier geht, wenn ich hingefahren, das auch. Okay, jetzt bist du wieder dran. Leute. So, ich habe scharf werden lernen. Okay, wir machen so. Wir bekommen einen Joker. Wir dürfen das einmal anmachen für drei Sekunden. Ja. Okay, Leute, jetzt ist das Handy ja die Uhr. Okay, das finde ich halt auch irgendwie gut gemacht, dass es dann immer lauter wird, wenn man sich findet. Aber es fuckt dann irgendwie ab. Ja, aber ich... Na, los, komm, mach, ja, mach. Ich glaube, mein Handy ist komplett im Arsch, Digga. Okay, Leute. Ich weiß, wo wir es verstecken. Wir können das mal. Wir können... Oh, Digga. Uff, Digga. Ich bin gerade im Keller verstecken, Leute. Oder wenn ich mal so ein Tiny Sehwort... So ein kleiner Hohenzogen... Junge, ich soll damit aufhören. Junge, das ist halt... Segal, so einen Spaß, ne. Ich schwöre es euch. Leute, ich verstecke das einmal hier drin. Aber wenn das halt einmal angeht, dann kann man das aber nicht so schnell ausmachen. Ach, dann soll er halt nur einmal drücken. So, ja, so. Ich drehe es noch hoch, damit man nicht ansehen, wie er jetzt anlässt. So. So. Perfekt. Ich mach keine Ahnung. So. Ich darf nicht sehen. Okay. So, Leute. Okay. Ups. Kleiner Spargo, Alter. Digga, auf einmal geht ein Handy. Ich hab gar nichts gemacht. Ich hab das Handy bis rausgehört. Nein, ich hab das. Ich hab nur einfach so gemacht. Guck mal. Wenn du das anmachst, drückst du einfach einmal drauf und direkt wieder auf. Ich glaub, das geht länger. Der Handy ging gerade auf einmal automatisch. Ich glaub, das geht die ganze Zeit, bis ich... Ich kann dir sagen, es ist auf jeden Fall nicht rum. Und du hast gelungen. Nix. Na, guck ruhig. Ich schreie dir, wenn du jetzt auf einmal eine Spinne gegengekommen kommst, ne? Gegengekommen kommst. Kann sein, ich weiß es nicht. Hä, hast du jetzt angemacht? Nein, ich hab gar nichts. Warte, fuck. Ja, fuck, ich hab wirklich was reingelegt. Ja, das ist jetzt halt abfuckt, ne? Ja, ich muss mal einmal auf den Dings drücken, ne? Ja, ey, ey, was ist das? Ist die kaputt. Ich glaub, wir haben zu lange, also... Prima, und was jetzt? Jetzt können wir nicht weitermachen, richtig? Pass auf, du bist jetzt. Jetzt hältst du bei dir. Das ist eigentlich, es gibt vorhin auch normal schon mal. Würdest du die Apple Watcher mal neu starten? Ich, warte mal. Ähm, verstecken, verstecken. Würdest du jetzt schon hoch? Ja, ja. Okay, sonst hätte ich echt gesagt, stellen wir mal auf. Okay, Leute. Was war's mit dem Video? Halt rein. Halt rein. Und ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.